Wenn man mit der ganzen Familie und vielleicht mit kleinen Kindern Urlaub macht, ist es sicher besser, wenn man vorher etwas organisiert. Udo Fischer ist in der Karibik gewesen. Kein individueller Urlaub wie der von Herrn Gras und seiner Frau, aber es hat ihm dort sehr gut gefallen. Das werden Sie gleich hören. Wo waren Sie denn im Urlaub in diesem Jahr? Ich war in der Karibik dieses Jahr, auf und zwar auf der Insel Antigua. Waren Sie alleine? Nein, wir waren mit der gesamten Familie dort, meiner Frau und meinen beiden Kindern. Und wie war das auf der Insel? Eine herrliche Badeinsel, man kann also wunderbar baden gehen. Wie kamen Sie auf Antigua? Wir haben uns im Reisebüro erkundigt und uns beraten lassen. Und dann haben wir die Insel Antigua ausgesucht wegen der klimatischen Verhältnisse. Es ist nicht so ein tropisches Klima, sondern es weht immer ein leichter Wind, sodass die Temperaturen sehr angenehm sind. Und wie waren die Temperaturen? Wie hoch? Die Temperaturen lagen so zwischen 24 und 28 Grad Celsius. Hat der Reiseveranstalter auch alles andere organisiert? Wir haben ein Pauschalangebot gebucht dort im Reisebüro. Darin waren enthalten ein Linienflug mit der Lufthansa ab Frankfurt. Dann die Hotelübernachtungen mit Frühstück und Abendessen. Und hat Ihnen das Hotel gefallen? Ja, die Hotelanlage war wunderbar, herrlich, direkt am Meer gelegen. Unser Hotelzimmer war groß und wir hatten einen Blick direkt aufs Meer. Dann gab es im Hotel jede Menge Sportmöglichkeiten. Man konnte sich Boote mieten, Tennis spielen, man konnte Wasserski fahren, schnorcheln und tauchen. Für Wassersportler ideal. Was hat Ihnen auf der Insel denn am meisten gefallen? Einmal die Landschaft und zum anderen die Menschen. Die Landschaft ist sehr unterschiedlich. Es gibt Hügel, Regenwald, viele Badebuchten. Also sehr unterschiedliche Gegenden. Und die Menschen haben mich beeindruckt, weil sie dort sehr viel lachen und immer sehr freundlich sind. Man merkt richtig, wenn man sich mit ihnen unterhält, dass sie Zeit haben und scheinbar keinen Stress kennen. Ja, in der Karibik gibt es keinen Stress. Und darum ist Herr Fischer mit seiner Familie dorthin geflogen. Und wie haben Sie denn die Idee gehabt, auf die Insel Antigua zu fliegen? Haben Freunde Ihnen den Tipp gegeben? Haben Sie Bücher darüber gelesen? Hat das Reisebüro Ihnen die Information gegeben? Das Reisebüro hat Ihnen die Information gegeben. Sie haben sich dort erkundigt. Wir haben uns im Reisebüro erkundigt und uns beraten lassen. Und dann haben wir die Insel Antigua ausgesucht. Und warum haben Sie diese Insel gewählt? Weil das Klima sehr angenehm ist? Weil es dort wenige Touristen gibt? Weil die Hotels dort sehr billig sind? Weil das Klima sehr angenehm ist. Sie sind wegen des Klimas dorthin geflogen. Wegen der klimatischen Verhältnisse. Es ist nicht so ein tropisches Klima, sondern es weht immer ein leichter Wind, sodass die Temperaturen sehr angenehm sind. Herr Fischer findet nicht nur das Klima gut. Auch das Hotel hat ihm sehr gut gefallen. Wo war denn dieses Hotel? In der Stadt? Direkt am Meer? In einem kleinen Dorf? Direkt am Meer. Er hat Glück gehabt. Ja, die Hotelanlage war wunderbar. Herrlich direkt am Meer gelegen. Unser Hotelzimmer war groß und wir hatten einen Blick direkt aufs Meer. Für einen schönen Urlaub gibt es noch etwas sehr Wichtiges. Und die Menschen haben mich beeindruckt, was er in der Karibik war. was er damit sagt? Nicht ganz? Vielleicht ist er zum ersten Mal in der Karibik gewesen. Dann war alles neu für ihn. Wenn man jeden Tag etwas anderes sieht und erlebt, hat man immer neue Eindrücke, neue Impressionen. Und wenn es zum ersten Mal ist, dann ist es der erste Eindruck. Die Menschen bleiben in Herrn Fischers Erinnerung, weil auch sie ganz anders sind als in Deutschland. Deshalb war er von ihnen auch so beeindruckt. Alles klar? Wunderbar! Und nun hören Sie noch einmal Herrn Fischer. Dann gab es im Hotel jede Menge Sportmöglichkeiten. Man konnte sich Boote mieten, Tennis spielen, man konnte Wasserski fahren, schnorcheln und tauchen. Für Wassersportler ideal. Wiederholen Sie. Tennis spielen. Das ist sicher klar für Sie. Aber die anderen Wörter, haben Sie alle verstanden? Wiederholen Sie. Ein Boot mieten. Wenn man selbst kein Boot hat, kann man eines mieten. Wiederholen Sie. Wasserskifahren. Wasserskifahren, das heißt, Skifahren auf dem Wasser. Sie brauchen ein Boot, das sie zieht. Und wie steht es mit dem Wort tauchen? Wiederholen Sie. Tauchen. Das bedeutet ganz einfach, dass sie unter dem Wasser schwimmen. Und was bedeutet schnorcheln? Wiederholen Sie. Schnorcheln. Wenn Sie den Kopf unter Wasser haben, müssen Sie doch irgendwie Luft holen. Herr Fischer hat viel von Sport gesprochen. Herr Fischer hat viel von Sport gesprochen. Das ist sicher sehr wichtig für ihn. Und hat Ihnen das Hotel gefallen? Überhaupt erzählt er nur Positives von seinem Urlaub. Aber hören Sie doch noch zwei Fragen der Journalistin. Und hat Ihnen das Hotel gefallen? Was hat Ihnen auf der Insel denn am meisten gefallen? Dazu ein wenig Grammatik. Zuerst das Verb im Infinitiv. Zuerst das Verb im Infinitiv. Gefallen. Wiederholen Sie. Das Hotel gefällt ihm. Das Hotel gefällt ihm. Das heißt, er findet das Hotel schön. Gut. Wiederholen Sie. Der Urlaub gefällt ihm. Wollen Sie noch ein paar Sätze bilden mit dem Verb gefallen? Dafür brauchen Sie auch Pronomen wie mir, ihm, ihnen, ihr. Also zuerst wieder ein Beispiel. Er findet das Hotel gut. Das Hotel gefällt ihm. Und nun Sie. Er findet die Landschaft sehr schön. Die Landschaft gefällt ihm. Sie findet diesen Film sehr gut. Sie finden diese Insel sehr schön. Diese Insel gefällt Ihnen. Ich finde diese Menschen sehr sympathisch. Ich finde die Karibik sehr schön. Die Karibik gefällt mir. Nun haben Sie schon zwei ganz verschiedene Interviews zum Thema Urlaub gehört. Wir haben noch ein drittes für Sie. Wir haben noch ein drittes für Sie. Wie glauben Sie, wie geht's Ihnen? Wir haben noch ein drittes für Sie. Broadway. Ok.